Heute bei Review Lifestyle die Körperfettwaage von Nokia. Nur hier bekommen Sie die Body Plus WLAN Körperwaage für Körperzusammensetzung zu einem wirklich günstigen Preis. Eine WLAN-Wage, die mit der patentierten Position Control Technologie präziseste Körperanalysen liefert. Gewicht, Körperfett und Wasseranteil, Muskel- und Knochenmasse. Die Nokia Body Plus liefert über das Display sofortiges Feedback, synchronisiert sich automatisch mit Ihrem Smartphone und zeigt Ihnen so Ihre Entwicklung auf dem Weg zu Ihrem Zielgewicht an. Hochpräzise Gewichtsmessungen und die Gesamtkörperzusammensetzung sind nur der Anfang. Nokia Body Plus coacht, belohnt und dokumentiert alle Daten automatisch. Gleichzeitig bieten Ihnen Funktionen wie Verlaufsübersichten und Ernährungstracking alles, was Sie brauchen, um die für Sie richtigen Ziele zu setzen und zu erreichen. Ein gesundes Gewicht ist wichtig. Nicht minder relevant ist das Wissen darüber, was sich hinter der bloßen Zahl verbirgt. Die Abbildung der Körperzusammensetzung liefert Ihnen dieses Wissen. Body Plus ermittelt neben Ihrem Körpergewicht Ihren BMI den Gesamtanteil an Körperfett und Körperwasser sowie die Knochenmasse und Muskelmasse. Jeder Wiegemoment wird via WLAN oder Bluetooth automatisch in der App wiedergegeben. Genaue und nahtlose Einblicke rund um die Uhr zeigen Ihnen, was Ihnen gut tut, stärken gesundheitsfördernde Gewohnheiten und helfen Ihnen, Ihren Weg motiviert und zielbewusst fortzusetzen. Welche Nahrungsmittel bewegen den Zeiger Ihrer Waage in welche Richtung? Die App liefert Ihnen die Antworten. Fakt ist, wer sich ein Zielgewicht setzt, seine Ernährung trägt und regelmäßig auf die Waage steigt, verliert durchschnittlich viermal mehr Gewicht. Body Plus Cardio erkennt und speichert die Daten von bis zu acht Nutzern automatisch. Zusätzlich erhalten Sie mit dem Babymodus und dem Schwangerschaftsmodus die Möglichkeit, das Wachstum der kleinsten Familienmitglieder zu verfolgen. Bei einer WLAN-Verbindung liefert Ihnen Body Cardio den örtlichen Wetterbericht und hilft Ihnen so bei der gezielten Planung Ihrer Outfits und Tagesaktivitäten. Dieses Produkt erhielt bei Amazon erstklassige Kundenrezensionen, zum Beispiel Schöne und funktionelle Waage mit guten Funktionen und Statistikdiagrammen. Erst war ich ja sehr skeptisch, ob ich solch einen Funktionsumfang bei einer Waage brauche, aber wenn Mann, Frau erst einmal etwas Zeit in das Einrichten verbracht hat, ist es eine Sache, die nicht mehr hergegeben werden möchte. Auch die App ist einfach nur klasse und erfüllt vollstens meine Vorgaben. So kann schön gesehen werden, an welchen Tagen mit Süßigkeiten gesündigt wurde und wo der Sport sich bemerkbar gemacht hat. Bis jetzt hatte ich das manuell in eine Tabelle in Excel eingetragen, die auch ein Diagramm dadurch erstellt und das fällt jetzt komplett weg, da diese Waage das schon selber macht. Auch ist die Genauigkeit sehr gut, zumindest zeigt diese die gleichen Werte wie die professionelle Waage im Fitnessstudio an. Wir haben für Sie in der Videobeschreibung den Link zum Produkt zum besten Preis bei Amazon herausgesucht. Einfach draufklicken und Sie kommen sofort zum gewünschten Artikel. Haben Sie eine Frage zum Produkt, hinterlassen Sie einfach einen Kommentar. Gefallen Ihnen die Reviews? Dann freuen wir uns über einen Kommentar von Ihnen und einen Daumen hoch. Abonnieren Sie den Kanal Review Lifestyle, so verpassen Sie keine neue Produktpräsentation und sind mit den neuesten Produktreviews immer auf dem aktuellen Stand.